Hallo liebe Reisemobilfreunde, heute mit einem neuen Thema und zwar haben wir damit angefangen in Kooperation mit German Television bzw. im Auftrag von German Television Verkaufsvideos für eure zu veräußernden, zu verkaufenden Reisemobile zu machen. Das heißt, ihr bucht bei German Television ein entsprechendes Verkaufsvideo für euer Fahrzeug. Dann kommt das Fahrzeug entweder hier zu uns nach Kastrop-Rauxel, je nachdem wie es für euch geografisch am nächsten ist oder ihr fahrt nach Saarbrücken direkt zu German Television. Der Service wird also sowohl da als auch hier bei uns angeboten. Dann müssen wir gucken wie das Wetter und die Platzverhältnisse sind. In der Regel setzen wir die Fahrzeuge dann rein in die Halle und machen ein exklusives Verkaufsvideo. Das sieht dann so aus, dass wir das Fahrzeug dort wirklich bis ins Detail gehend beschreiben, zeigen alle Zubehörteile, alle Extras an dem Fahrzeug, die gesamte Ausstattung, die ab Werk verbaut worden ist, die ganze Zubehör-Ausstattung, die nachträglich reingekommen ist. Wir zeigen den Zustand des Fahrzeuges, wir zeigen das Dach, wie die Beschaffenheit von dem Dach ist. Gibt es irgendwelche Schäden an dem Fahrzeug? Wurde schon irgendwas nachlackiert oder instand gesetzt? Man geht auf die Wartungshistorie ein, man geht gegebenenfalls auf den Reparaturstau. Sofern einer ansteht, geht man ein. All diese Sachen werden dann in diesem Video, der es bis zu eine Stunde dauern kann, komplett behandelt, komplett besprochen, mit dem Eigner von dem Fahrzeug. Dann gehen wir her und, wie gesagt, zeigen und filmen einfach alles, was uns da halt in irgendeiner Form möglich ist und teilen uns auch dementsprechend mit dem Eigner, sagen auch, warum das Fahrzeug verkauft wird. Ja, ist es irgendwie aus Altersgründen, ist es irgendwie aus krankheitstechnischen Gründen oder eben halt, dass man sich ein anderes Wohnmobil kaufen möchte, sich vergrößern oder verkleinern möchten, so dass eigentlich dieses Video am Ende euch einen kompletten Durchblick gibt über das Wohnmobil, was zu verkaufen ist. Das machen wir hier exklusiv an diesem Standort oder, wie gesagt, eben halt in Saarbrücken. Ihr könnt alle nötigen Informationen euch über die Homepage von German Television holen. Ihr könnt aber auch uns gerne anrufen. Wir sind da also auch informiert und darüber informiert, wie das vonstatten geht. Die einzelnen Gebühren, was das kostet, ist dann dort noch mal auf bei German Television auf der Homepage noch mal beschrieben. Könnt euch gerne runterladen oder ihr kriegt eben halt eine entsprechende Information per E-Mail. Und zum Schluss des Videos wird dann halt dann gesagt, was das Fahrzeug kosten soll und dann wird eure E-Mail und beziehungsweise eure Telefonnummer eingeblendet, die wir dann aber im Nachgang, nachdem das Fahrzeug verkauft worden ist, auch aus dem Video löschen können. Das heißt, dann werdet ihr auch nicht mehr damit belästigt oder angerufen, wenn das Fahrzeug verkauft worden ist. Oder wenn ihr sagt, ich möchte nicht mehr verkaufen oder ihr habt selbst verkauft, je nachdem. Und die Resonanz in der Richtung und auch die Kundenrückmeldung geben uns also auch einen Rückschluss darüber, dass dieses Video exklusiv, weil es eben halt auf German Television ausgestrahlt wird mit weit über 450.000 Abonnenten mittlerweile, hat das natürlich einen ganz anderen Wirkungsgrad, als wenn ich das ganz normal jetzt auf mobile oder auf eBay Kleinanzeigen oder an so einer EDK-Pinnwand oder so, wo Mobil Morelo sowieso zu verkaufen, keine Ahnung. Das ist natürlich eine ganz andere Ebene, wenn ich das über einen Kanal ausstrahlen kann, der europaweit, ich weiß gar nicht, mit zig Millionen Klicks im Monat gesehen wird. Ja, wir haben schon einige Fahrzeuge verfilmt jetzt hier, sowohl hier als auch an anderen Standorten in Saarbrücken. Und wie gesagt, Rückmeldung ist super. Soweit ich weiß, sind auch rege Verhandlungen über die letzten Fahrzeuge, die wir hier gefilmt haben. Die anderen sind auch schon bereits verkauft. In dem Sinne, wenn ihr da Interesse daran habt, meldet euch einfach bei uns oder direkt bei German Television und dann können wir über nähere Sachen nochmal sprechen. In dem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, alles Gute, euer Karex Team.